Da war ich mittlerweile 50. Ich habe dann bei meiner Headhunterin angerufen und die hat gemeint, ja wie alt sind sie denn jetzt? Und ich hatte noch nicht ausgesprungen. Ich bin jetzt, war noch nicht raus. Die hat nur dieses F gehört und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird nie wieder was. Das können sie vergessen. Gut, die Frau sprach natürlich ein bisschen aus der Erfahrung logischerweise. Das habe ich dann auch gemerkt. Deswegen bin ich auch mittlerweile so ein bisschen renitent, was Altersdiskriminierung angeht oder das sogenannte Age-Shaming. Der Durchschnittsgrafiker in deinem Alter, der hat vielleicht weniger Energie als du, aber wenn man dich halt kennenlernt, dann weiß man, dass du mehr Energie hast als manch 25-Jähriger, weißt du? Also es sind ja immer diese Statistiken, die die Leute in den Unternehmen, die für die Einstellung zu sind, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Human Resources, die berechnen das ja quasi und man soll ja dann funktionieren und dann spricht die Statistik gegen einen, weil man entweder zu alt oder zu weiblich ist. Wie findest du denn das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Steiß. Hi und Hello zur 98. Langfolge von der kreative Flow. Ich bin Roberta, dein Host hier. Und wenn du mehr über mich erfahren willst, dann schau einfach mal in die Shownotes. Mein heutiger Gast ist Hans-Christian Sandladerer, den viele bei Social Media als Illukriser kennen und der nicht Hans-Christian, sondern einfach nur Christian genannt werden möchte. Geht ja schon kompliziert los. Nein. Christian ist wirklich ein ganz großartiger Mensch und Zeichner, den ich seit einigen Jahren durch Social Media kenne. Dieses Jahr haben wir uns auch das erste Mal in echt getroffen. Das war in Hamburg, als er dort einen Zeichenworkshop gegeben hat und ich dort war, um einen Vortrag über mein Buch Laternenträume in der Uni-Bibliothek zu halten. Dort war ich auf Einladung der Wolfgang-Beuchert-Gesellschaft und Christian ist extra abends nach seinem Workshop-Tag noch vorbeigekommen. Und das fand ich sehr lieb und toll von ihm. Was Christian jetzt aber alles macht und warum er von tiefstem Herzen Zeichner, Sketcher, Autor und Dozent geworden ist, das erzählt er dir am besten selbst. Denn jetzt geht's los. Das, 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 das Interview. Das Interview. Ich freue mich, dass ich heute im Podcast Hans-Christian Sandladerer bei mir begrüßen darf. Hallo, Hans-Christian. Hallo, Roberta. Bitte, bitte gleich vorneweg. Also erstmal freue ich mich riesig, dass du mich eingeladen hast, dass ich heute hier sein darf und mit dir ganz launig quatschen darf. Aber vorneweg, Hans-Christian heiße ich immer nur, wenn ich was ausgefressen habe. Der Einfachheit, bitte Christian. Also den Hans vergess mal. Den lassen wir weg. Das machen wir, das machen wir. Ich nenne dich auch immer Christian, aber ich dachte, jetzt stelle ich dich mal ganz offiziell mit vollem Namen vor, weil du ja auch auf den Plattformen, glaube ich, steht der volle Name ja auch da und dann muss er auch wenigstens einmal erwähnt werden. Aber ich kenne dich sowieso eher unter Illukriza. So habe ich dich vor Jahren, glaube ich, schon kennengelernt auf Social Media. Prima. Ja, das war ein bisschen ungeschickt. Ich musste mich damals so anmelden, weil Kriza, mein Kürzel, mit dem ich meine Arbeiten signiere, war leider schon, ich glaube, tausendfach vergeben. Und ich hatte irgendwie keine Lust, dann Kriza 107XYZ zu sein und dann habe ich mich Illukriza genannt. Wollte das irgendwann wieder ändern und dann war es aber ganz schnell zu spät. Jetzt heiße ich halt überall so. Aber ist doch gar nicht so schlecht, oder? Im Nachhinein. Da ich ja aus der Illustration komme, hat es natürlich Sinn gemacht, dieses Kürzel am Anfang mitzunehmen. Allerdings arbeite ich ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr als Illustrator, sondern überwiegend als Urban Sketcher. Aber welches Kürzel wäre das denn gewesen? Urban-Kriza? Klingt nicht so gut. Stimmt, man kann es natürlich auch unnötig verkomplizieren, genau. Und Elu ist ja, ich finde, das ist auch noch mehr als, also Illustration ist noch mehr als jetzt für Menschen so Buchillustration oder sonst irgendwas zu machen. Es steht für mich auch stellvertretend als Zeichner, Zeichnerin, Illustratorin, Illustrator. Ja, so. Egal. Sehe ich mittlerweile genauso. So, Christian, dann fangen wir mal an. Wir haben ja viel vor. Du hast ja viel erlebt in deinem Leben und ich möchte eigentlich alles wissen, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht. Deswegen versuche ich es ein bisschen einzugrenzen und fange an mit der Frage, erzähl doch mal, wie du zum Zeichnen gekommen bist. Also hast du das studiert oder bist du Autodidakt? Und ja, wie ist so dein zeichnerischer Lebensweg ein bisschen? Also da muss ich jetzt ganz früh ansetzen. Ich habe natürlich Grafikdesign studiert. Ich wollte eigentlich Illustration studieren. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Zu meiner Zeit damals gab es diesen separaten Studiengang Illustration, wie es ihn heute mehrfach gibt, leider noch nicht. Ich musste das also unter Grafikdesign studieren und mein Prof an der Nürnberger Kunstakademie, der hat immer gemeint, ah, diese brotlose Kunst, wenn ich euch nicht davon abhalten kann, ja, dann müsst ihr es halt machen. Aber ich kann euch nur warnen, das wird alles nichts. Also war unglaublich motivierend, aber sowas hat mich ja immer schon angefuchst, wenn jemand gesagt hat, das kannst du nicht oder das passt nicht oder macht es nicht, weil, dann habe ich immer überlegt, warum eigentlich, warum eigentlich nicht? Also es war immer so ein Ansporn quasi dann gegenzusteuern. Und deswegen haben drei Leute in meinem Studiengang, unter anderem ich dann energisch, sind in den Bereich Illustrationen gegangen, allen Widerständen zum Trotz. Aber das fing natürlich bei mir schon viel früher an. Ich habe schon als Kind leidenschaftlich gerne gezeichnet und mein Vater war ja bei der Kripo in Garmisch. Der hat, jetzt ist es verjährt, der hat immer diese schönen, damals gab es noch Schreibmaschinen mit diesen langen Papierrollen. Der hat mir immer die angebrochenen Papierrollen mit nach Hause gebracht und die habe ich dann am Boden liegend voll gezeichnet mit allen möglichen Szenen, die ich mir ausgedacht habe. Und meine Mama war Kunstgewerblerin, die hat das auch immer gefördert. Also ich habe da von zu Hause aus ganz viel mitgekriegt, was so die Leidenschaft am kreativen Ausdruck anging. Das wurde von meinen Eltern immer unterstützt. Insofern galt bei uns nie so ein Spruch, mach was Vernünftiges oder, ja, zwischendurch habe ich mal gehört, geh mal raus zum Spielen. Es ist zu schön, um in der Bude zu hocken, aber ich habe wahnsinnig gerne, mich schon immer selber gerne beschäftigt mit Zeichnen, mit Malen. Das war so meine Welt von klein auf eigentlich immer. Und dann kam irgendwann mal ein Grafiker zu uns zu Besuch und dann hieß es, der muss unbedingt Grafikdesign studieren. Und damit waren so ein bisschen die Weichen gestellt. Und dann habe ich mich halt so schlau gemacht, wo man da hingehen kann zum Studium. Und dann bin ich an der Nürnberger Kunstakademie gelandet und habe dort parallel angefangen, Malerei zu studieren und Grafikdesign zeitgleich. Hatte aber die erste Kunstprofessorin an der Akademie. Ich nenne jetzt keinen Namen ganz bewusst. Sie lebt noch zum Glück. Eine ganz fantastische Bildhauerin, wunderbare Grafikerin, unglaublich tolle Zeichnerin, aber sie hatte echt Haare auf den Zähnen. Da sind also erwachsene Männer heulend aus der Klassenbesprechung rausgelaufen. Also bei mir zum Glück nicht, aber sie hat sie da ziemlich runtergeputzt und dann hieß es irgendwie, da wurde vor die Alternative gestellt. Also entweder sie wollen richtige Kunst machen oder diese angewandte, also beides ginge bei ihr nicht. Da müsste ich mich entscheiden. Und dann habe ich gesagt, vielen Dank, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Meine Entscheidung ist gerade gefallen. Ich mache ab sofort nur noch Grafikdesign. Das habe ich dann konsequent gemacht, abgeschlossen und dann Aufbaustudium für Illustrationen hintendran gehängt, weil ich beim Studienfreund von mir in Nürnberg, das war so ein Aha-Erlebnis. Ich stand bei dem in der Wohnung. Der ist einer der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchillustratoren gewesen. Michael Schober hat beim 120. Kinderbuch habe ich aufgehört mitzuzählen. Und der hat irre viele tolle Illustrationen bei sich als Original hängen gehabt. Und das war so ein Aha-Erlebnis, dass ich damals gedacht habe, boah, das ist es. Ich will überhaupt nicht in dem Bereich Grafikdesign. Ich möchte Illustrationen machen. Da will ich hin. Und dann habe ich eben ein Aufbaustudium für Illustrationen in New York hinten dran gehängt. Ich hatte mich eigentlich in London beworben und natürlich am Royal College of Art. Und das sollte aber nicht sein. Und am Central St. Martens hatte ich vorgesprochen. Die waren auch ganz interessiert. Da habe ich mich dann blöderweise nicht beworben. Da war die Bewerbungsfrist dann allerdings rum, als es am Royal College nicht geklappt hatte. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt noch ein Jahr länger verdrödle, mache ich was anderes. Und ich bin dann aufs Gerade wohl nach New York und habe das quasi alles selber finanziert. Ja, hinterher war da ein bisschen weniger Geld auf dem Konto. Aber dafür war ich um viele Erfahrungen reicher und ich möchte das auf gar keinen Fall missen. Wann war das? Also wann warst du in New York? 92, 93 war so die Zeit Anfang der 90er Jahre. Ja, krass. Da war das New York auch noch ein anderes, als es jetzt ist. Ja, definitiv. Also ich habe noch im Original das Windows on the World kennengelernt von einem meiner, ja ich will nicht sagen Vorbilder, aber von einem ganz tollen Multitalent, Milton Glaser. Da steht ja auch ein ganz tolles Buch bei mir im Regal hier. Kunst ist Arbeit, heißt es auf Deutsch. Ich schaue gerade drauf. Und der hat ja dieses Windows on the World, also dieses fantastische Restaurant in einem der Zwillingstürme ganz oben, hatte er gestaltet. Wie wir alle wissen, gibt es das natürlich nicht mehr logischerweise. Ja, das habe ich damals noch im Original angeschaut und fand das natürlich ganz beeindruckend. Und wie lange warst du in New York dann? Also ein Jahr oder? Nee, leider nur neun Monate. Es war quasi nur so eine Episode sozusagen, selbstfinanziertes. Ich habe mir das, kann man ja machen, so schön rausgepickt aus dem Studium, was mich interessiert hat an Kursen. Und die habe ich halt belegt und selbst gezahlt. Und ja, und dann spielte das Leben ein bisschen mit rein. Dann habe ich erfahren, dass ich Vater werde. Und dann haben wir überlegt, ob wir alle unsere Zelte in New York aufschlagen oder ob ich wieder nach Deutschland zurückkomme. Und meine Frau war da schon nach Leipzig, der Neugierde halber. Ich habe ja beim Umzug, bevor ich nach New York bin, geholfen und bin dann direkt von New York in das Leipzig, das noch damals baulich im Originalzustand der ehemaligen DDR war. Das war ein kleiner Kulturschock. Aber ich habe diese Zeit in Leipzig sehr genossen. Es wurden dann immerhin 14 Jahre. Also Tochter ist da auch groß geworden, lebt heute wieder da, bin ich auch ganz froh darüber, weil für mich Leipzig eine der schönsten Städte Deutschlands geworden ist. Also ich kenne die vom Ursprung her und dann ist es ja wie Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Das hat sich ganz toll entwickelt. Und wie hast du dann nach deinem Studium und dem Aufbaustudium dein Geld verdient, dein erstes? Also hast du dann erstmal als Grafikdesigner gearbeitet oder konntest du schon zeichnen und damit Geld verdienen? Ich habe ziemlich früh einfach meine Mappe zusammengestellt. Also ich wusste ja, ich möchte in den Bereich Illustration gehen. Und ich war immer ganz neugierig, ich habe mir im Zeitschriftenhandel mal alles angeschaut, wo wird viel illustriert. Damals gab es ja zum Beispiel die Zeitschrift Finanztest von Stiftung Warentest. Das war so eine der wenigen Publikumszeitschriften, die von A bis Z komplett illustriert waren. Und das war natürlich super. Da hat jeder Illustrator Wert darauf gelegt, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Es war so ein kleines Haifischbecken. Jeder wollte da unbedingt mitmischen und mitarbeiten. Und es gab ja noch viele andere Zeitschriften, die damals auf Illustrationen gesetzt haben. Und das habe ich mir am Zeitschriftenstand angeschaut. Dann habe ich tatsächlich so kleine Städtetouren ausgemacht ab dem zweiten Semester. Habe eine Mappe vorher zusammengestellt, so ein bisschen gezielt geschaut, was könnte denn da passen. Und dann hatte ich immer so Städtetouren, so zwei Tage Köln, zwei Tage München oder Berlin, Düsseldorf. Immer wo sie die Hochburgen der Verlage waren, Hamburg natürlich. Und damals noch ohne Google Maps und ohne Internet. Kannst du dir vorstellen, mit einem aufgeschlagenen Stadtplan auf dem Schoß unterwegs zu sein. Ohne Hilfe vom Beifachersitz aus. Ich war ja alleine unterwegs und habe mir dann immer so einen Zeitplan gemacht, wie lange ich wahrscheinlich ungefähr von Verlag zu Verlag brauchen würde. Habe die Termine ziemlich eng getaktet. Und natürlich musste ich öfter mal anderen sagen, Entschuldigung, ich stecke gerade noch im Stau. Ich komme eine Viertelstunde später, hat aber alles super funktioniert. Und ich habe erstaunlicherweise von diesen ganzen Städtetrips, ich habe das mal so runtergerechnet, hatte ich wirklich so eine 50-prozentige Erfolgsschance. Also bei 50 Prozent dieser ganzen Gespräche sind dann hinterher Aufträge entstanden. Nicht immer zwangsläufig direkt, das waren die wenigsten. Manche haben irgendwie drei Jahre später angerufen und gesagt, sie haben sich doch damals bei uns in Hamburg im Verlag so und so vorgestellt, wir hätten jetzt ein passendes Projekt für sie. Und ich habe irgendwie gedacht, wow, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die hatte ich völlig abgeschrieben. Jetzt melden die sich drei Jahre später. Das war also echt der Hammer. Kann ich auch heute nur empfehlen. Ich meine, die Zeiten haben sich geändert. Aber ich habe immer vorher angerufen und nachgefragt, ob das von Interesse sein könnte. Und habe dann einfach konkrete Termine ausgemacht. Ja, weil die Alternative wäre ja damals auch nur gewesen, was per Post zu schicken und zu telefonieren. Und ich denke mal, also ist auch meine Erfahrung, dass das persönliche Gespräch immer zehnmal mehr wiegt und man zehnmal besser einen Eindruck vom Gegenüber bekommt. Also und das gilt ja für beide, also sowohl für den, der den Auftrag haben will, als auch der, der den Auftrag vergeben will, dass eben da die Chemie stimmt. Und das kann man zum Teil am Telefon oder über Zoom heutzutage natürlich auch ganz gut rausfinden. Aber ich merke immer noch, dass mir das total viel gibt, wenn ich den Leuten halt wie, also in echt in die Augen schauen kann, zum Beispiel auf einer Messe und dann mit denen sprechen kann. Also sehe ich ganz genauso. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass das gut funktioniert, aber es ist halt auch eine krasse Sache zu entscheiden, okay, ich fahre da jetzt hin oder du hast das ganz professionell aufgezogen, ich mache jetzt die Städtetouren. Also finde ich aber auch einen großartigen Tipp. Ich weiß nicht genau, ob sich Verlage oder Agenturen da heute noch so viel Zeit nehmen würden oder ob die das eher befremdlich finden würden, wenn einer sagt, nee, kein Zoom, ich komme vorbei. Aber auf der anderen Seite haben sie ja trotzdem nicht großartig mehr Aufwand, weil man kommt ja zu ihnen. Weil du es gerade so schön ansprichst. Also ich sehe das ganz genauso mit dem Zwischenmenschlichen. Es ist auch am liebsten, wenn man so von Angesicht zu Angesicht miteinander reden kann. Aber du hast es gerade vollkommen richtig gesagt. Ich glaube, in der heutigen Zeit ticken die ein bisschen anders. Das hat sich einfach verselbstständigt so ein bisschen, also es hat an Geschwindigkeit zugenommen und die Taktungen, wo man da tatsächlich Zeit findet, da solche Grünschnäbel wie mich damals auch noch persönlich antanzen zu lassen, die werden ja immer kürzer und die sind immer seltener. Und ich habe das ja in New York auch gemerkt, da gab es ja eine ganz andere Politik. Da hast du deine Mappe, da gab es eine sogenannte Drop-off-Policy. Da habe ich mich natürlich auch beworben. Da hattest du feste Tage, wo du beim Pförtner unten im Verlagshaus, im Wolkenkratzer, deine Mappe abgeben konntest und an einem bestimmten Tag dann wieder aufsammeln konntest. Jetzt hattest du natürlich keine zehn Mappen zur Verfügung. Du hast ja nur eine gehabt. Und wenn diese Taktung dann relativ lang war, war das halt ärgerlich. In der Zwischenzeit konntest du dich nirgendwo anders vorstellen. Das war total bescheuert eigentlich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich hatte irgendwie das Gefühl, die Mappe hat gar niemand wirklich angeschaut. Weil diese Artdirektoren natürlich auch, die hatten ihre festen Termine logischerweise und dann hatten die in dieser Woche einfach keine Zeit, in neue Mappen reinzuschauen. Da habe ich mir so wirklich den Scherz gemacht, da so kleine Klebezettel oder so Zettel an einer bestimmten Stelle so leicht anzuhaften und hinterher zu kontrollieren, ob die auch wirklich angeschaut wurden. War halt manchmal wirklich nicht der Fall. Also das war die Kehrseite. Aber ich war dann eigentlich immer schon ziemlich hartnäckig bei Geschichten, die ich wirklich wollte. Ich habe zum Beispiel ja bei Ritzenhoff, habe ich gesehen damals bei der Firma, die Glas- und Porzellandekor und alle möglichen Geschichten gemacht hat. Das hat mir damals unglaublich gut gefallen und ich wollte da unbedingt mitgestalten. Und dann habe ich mich da förmlich beworben. Dann habe ich eine nette Absage zurückgeschickt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben schon einen Pool von 200 Designern. Das sind namhafte Architekten und Innenarchitekten und wir sind da bestens bedient. Dann habe ich gedacht, das lasse ich jetzt mal nicht so gelten und ich bewerbe mich jetzt direkt nochmal. Und dann habe ich mich nochmal beworben. Da kam dieselbe Absage. Und dann habe ich mich, glaube ich, nochmal beworben. Und beim vierten Mal haben die irgendwann gedacht, oh Mann, der ist aber echt nervig. Der ist ganz schön hartnäckig. Jetzt geben wir dem einfach mal eine Chance. Das wird sich dann wahrscheinlich eh von alleine erledigen. Ja, und das war total cool. Es hat echt Spaß gemacht. Und das hat beim ersten Mal dann auch gut funktioniert. Und dann habe ich über viele Jahre ganz viele Produkte für die gemeinsam entwickelt. Also ich wollte damit nur sagen, das hat nichts mit irgendwie, ich sage jetzt mal, Arroganz zu tun, sondern ich habe einfach gedacht, Mensch, ich möchte das unbedingt machen. Und wenn ich das machen möchte und die aber noch nicht wissen, dass das passen könnte, dann muss ich die einfach überzeugen. Und das war eigentlich immer so, dass wenn ich der Meinung war, das müsste eigentlich passen und die Gegenseite hat es einfach immer noch nicht oder nur einfach noch nicht verstanden, dann muss ich so lange nerven, bis die das einsehen. Also auf sympathische Art und Weise natürlich. Man muss höllisch aufpassen, dass man denen nicht wirklich auf den Zeiger geht. Ich nenne das immer höfliche Hartnäckigkeit. Einfach dranbleiben. Ja, ich glaube, eine höfliche Hartnäckigkeit habe ich auch. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, man braucht die aber auch, glaube ich, im Business, wenn man sich immer sofort geschlagen gibt oder immer sofort dann aufgibt, nur weil vielleicht ein Redakteur einen schlechten Tag hatte oder dem das gerade irgendwas quer schlägt, was gar nichts mit einem zu tun hat oder mit der Leistung, die man bringt. Ja, genau. Man muss dem Glück manchmal so ein bisschen nachhelfen. Genau. Ja, man braucht auch ein dickes Fell logischerweise am Anfang, weil ich habe natürlich auch, kennst du ja wahrscheinlich auch, ich habe am Anfang bei den ersten Vorstellungsrunden mit der Mappe, habe ich immer gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, ist ganz schön, aber das sind ja alles freie Arbeiten. Haben Sie denn schon mal was veröffentlicht? Und dann habe ich gesagt, nee, deswegen bin ich ja hier. Also ich stelle mich ja vor, damit ich endlich mal was veröffentliche. Ja, dann kommen Sie wieder, wenn Sie was veröffentlicht haben. Und das habe ich so oft gehört, dass mir irgendwann der Kragen geplatzt ist, dass ich echt gesagt habe, verdammt nochmal, den Spruch höre ich andauern. Wie soll ich denn mal was Veröffentlichtes präsentieren können, wenn mir jeder diesen gleichen Satz hinschmettert? Und das hat dann gefurchtet tatsächlich. Also der fand es cool, dass ich das dann so rausgehauen habe und das war mein erster Illustrationsauftrag, ein richtig schöner damals auch zum Einstieg für den Feinschmecker, für dieses Hochglanzmagazin. Und gleich eine ganzseitige Illustration mit ein paar kleineren Illustrationen dazu. Ich habe eigentlich gedacht, das wird dann so die Regel, war aber tatsächlich die Ausnahme, gerade bei Zeitschriften mal so eine ganzseitige Illustration zu kriegen. Da kannte ich mich noch nicht so richtig aus. Und da habe ich damals ja noch mit Fax und dann hast du die Aufgabenstellung bekommen, dann musstest du so eine Bleistiftskizze da hinfaxen und dann haben die gesagt, ist okay oder ist nicht okay. Und was sagt dieser Mann bei meinem ersten Auftrag zu mir? Hm, das können sie mit Sicherheit besser. Und ich dachte irgendwie, ach du Schande, toll, das geht ja schon gut los. Also ich war so richtig erstmal so geknickt und gleichzeitig sauer und da habe ich mich mit dieser geballten Energie nochmal drangesetzt. Also so diese Melange aus allen möglichen Gefühlen. Stinkwut im Bauch und auch eine mega Enttäuschung natürlich und habe die nächste Skizze gemacht. Und was muss ich, ich kann nur sagen, der Mann hatte recht. Also es war aber diese ganze Energie, die da mit reingeflossen ist, natürlich war ihm hinterher, war ich ihm wirklich dankbar, dass er mich da nochmal angefixt hat. Und ich bin dann stolz wie Oskars, werde ich nie vergessen, an den Zeitschriftenstand gegangen, damals in meinem Heimatort. Und am liebsten hätte ich jeden der Anwesenden gesagt, übrigens hier in dieser Zeitung und so, mein erster Illustrationsauftrag habe ich natürlich nicht gemacht. Aber es war einfach ein irreschönes Gefühl, damals die erste, allerallererste veröffentlichte Illustration, die gedruckte Illustration in so einer Zeitung oder Zeitschrift kennst du natürlich auch. Und das Gefühl hat eigentlich nie nachgelassen. Es war immer so ein Glücksgefühl. Egal, was irgendwie realisiert worden ist, wenn man dann das fertige Produkt in den Händen hält, das ist immer einfach ein megatolles Gefühl. Muss ich dir mit Sicherheit nicht sagen. Hast du noch auf dem Schirm, was du dafür bekommen hast? Oh, da müsste ich jetzt echt lügen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Es waren ja noch D-Mark-Preise. Ja, das habe ich mir gedacht. Vielleicht so 1.000 D-Mark oder so? Ich meine, es waren 1.500 D-Mark. Bin ich mir ganz sicher. Es ist ja schon ein paar Tage her. Ja, weil ich glaube, früher gab es vielleicht auch mehr Geld, könnte ich mir vorstellen. Also es gab ja so eine Hochphase der Werbeagenturen und wo Werbung auch so unfassbar gut bezahlt war und alle Werbeakteure auch unfassbar viel Geld verdient haben. Und ich glaube, jetzt ist es viel schwieriger geworden, diese Preise, die damals Usus waren, so zu halten oder zu vertreten. Das habe ich gemerkt. Das hat natürlich auch viel, hat ja mit der Digitalisierung dann auch zugenommen an Illustratoren, die plötzlich auf den Markt geschwemmt wurden, die vorher gar nicht unbedingt was damit machen wollten, die sich halt mit der Software auskannten und sich da ein bisschen reingefuchst haben. Du konntest ja dann wunderbar als Quereinsteiger ja auch in dem Bereich arbeiten und deine Leistungen anbieten. Ob die dann auf einem ähnlichen Niveau waren, spielt ja wieder eine ganz andere Frage. Das ist im Grafikdesign genau das Gleiche, was sich dann damals alles Werbeagentur genannt hat. Auch in Ostdeutschland nach der Wende gab es ja, also wenn es von allem so viel gegeben hätte, wie Küchenstudios, Autohäuser und Werbeagenturen, dann werden das ganz schnell sofort blühende Landschaften geworden. Jetzt kennt man dich ja als, vor allen Dingen als jemand, der sein Wissen weitergibt in Kursen und Workshops und auf Social Media. Wann hast du denn angefangen, diese Seite für dich zu entdecken, also das Wissen weiterzugeben? Wie lange machst du das schon? Vielleicht so rum gefragt. Ja, ich mache das erst seit fünf Jahren, wobei ich ein bisschen ausholen muss. Ja, ich mache das erst seit fünf Jahren. Ich habe dazwischen ja ganz viele andere Dinge gemacht. Ich mache das mal kurz im Schnelldurchlauf, damit ich nicht irgendwas vergesse. Ich habe, wie gesagt, für die ganze Redaktions- und Zeitungslandschaft damals illustriert, im alten und dann auch später nach der Wende im neuen Deutschland sozusagen, also für die unterschiedlichsten Redaktionen, für Frauenzeitungen, Cosmopolitan und Petra und für die Bunte und für die Zeit in Hamburg und für den Fokus und für Finanztest, wie gesagt, und für mein Kind und ich, Gruner und Jahr, ganz viele unterschiedliche Zeitschriften und Zeitungen und habe aber gleichzeitig auch viel für Werbeagenturen illustriert und habe damals von Leipzig aus ganz viel für den Mitteldeutschen Rundfunk gemacht. Die sitzen ja da auch. Genau, und hatte dort einen Mega-Auftrag für den Illustrator. Ich durfte damals, also wer das Gelände heute kennt, ist ja hypermodern, dieser wunderschöne alte Schlachthof, wo das Hauptgebäude des MDR steht in Leipzig in der Kahnstraße. Das war damals noch komplett unsaniert und da stand mittendrin so ein Plattenbau, so eine Container-artige Geschichte, wo die Marketingabteilung untergebracht war und hintendran fing gerade das neue Hochhaus aus an, quasi Formen oder Formen zu bekommen. Und ich hatte ganz viel Illustrationsaufträge und dann hatten die die tolle Idee, mir einen Auftrag zu geben für ein Prospekt und für ein Plakat, das Gelände des Mitteldeutschen Rundfunks so zu zeichnen, wie es denn später mal aussehen würde. Das war ein Mega-Auftrag, war natürlich auch gut honoriert und da war unglaublich viel Aufwand. Und ich kam mit der fertigen Illustration hin und dann hieß es, ah Mensch, toll, dass Sie gerade da sind, uns ist die Grafikerin abgesprungen. Denn der Satz hätte mich schon hellhörig machen sollen, aber ich habe nicht genau hingehört. Wir besuchen jemanden für unsere Publikumszeitschrift, für die Gestaltung. Das können Sie doch bestimmt auch. Und ich selbst sage natürlich in meiner Begeisterung und ich lerne ja so ähnlich wie du auch immer wieder gerne Neues dazu. Also wenn es eine neue Herausforderung gibt, bin ich immer dabei und sage ja. Und ich sage tatsächlich ja. Und dann bin ich da raus und habe gedacht, sag mal, bist du vollkommen wahnsinnig? Geht es eigentlich noch? Bist du im Gehirn amputiert? Du hast keine Ahnung von Zeitungsgestaltung, hast es noch nie gemacht? Du hast mit dem Programm noch nie gearbeitet. Wie kannst du da ja sagen? So, jetzt hätte es natürlich die Option gegeben, kleinlaut anzurufen und zu sagen, es tut mir leid, ich war einfach zu begeistert. Ich habe zu schnell ja gesagt. Ich kann das gar nicht. Das bin ich aber nicht. Das ist einfach nicht mein Ding. Absolut nicht. Und ich habe dann natürlich gesagt, okay, jetzt habe ich ja gesagt. Wer A sagt, muss auch B sagen. Jetzt muss ich mich da ganz schnell reinfuchsen. Ich muss das Programm beherrschen. Ich muss mich belesen machen. Ich muss mir alle möglichen Zeitungen, Zeitschriften anschauen, wie die so aufgebaut sind. Und das habe ich dann gemacht. Ich hatte natürlich mega viele schlaflose Nächte. Also ich habe mich selber mehr als einmal verflucht dafür, dass ich ja gesagt habe. Aber ich habe das dann tatsächlich viele Jahre lang gemacht und mit wachsender Begeisterung. Ich bin da richtig reingewachsen. Ich habe im laufenden Projekt dann auch von Quark Express auf InDesign umschalten müssen. Auch das hat geklappt. Und jetzt fällt mir gerade etwas ganz Wichtiges ein, weil wir ja gerade im Podcast sind. Der damalige Marketingchef des MDR hat dann, ich habe immer so schöne Aufträge noch nebenher bekommen, neben der Zeitungsgestaltung vom MDR, gesagt, wir bräuchten, der MDR braucht ein Podcast-Logo. Und das waren so die Anfänge des Podcasts. Und dann sitze ich so in diesem Gespräch und der redet die ganze Zeit von Podcasten. Ich hatte das noch nie gehört. Ich hatte keine Ahnung, wovon der spricht. Aber es war mir so peinlich, das zuzugeben, weil ich gedacht habe, das ist für den so selbstverständlich. Der redet dauernd von Podcasts, als wäre das irgendwie so ein Begriff wie Telefon oder keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht nachfragen. Entschuldigung, wovon reden Sie eigentlich? Ich habe das immer geduldig alles aufgeschrieben. Ich kann es mir vorstellen. Und irgendwann ist es ja auch zu lang, das Gespräch, dass man es noch aufklären kann. Genau, so ist das. Ich kann ja nach einer halben Stunde nicht sagen, ach übrigens, ich weiß gar nicht, was ein Podcast ist. Ich habe es so getan, als wüsste ich, wovon er spricht und habe das dann zu Hause natürlich ganz schnell gegoogelt und dann war ich beruhigt. Und das war mein Podcast-Logo für ein MDR. Das ist auch lange in Verwendung gewesen. Und dann habe ich von da aus nebenbei ja auch immer, also diese Zeitungsgestaltung waren zwei Wochen im Monat und die restlichen zwei Wochen, also sehr komprimierte Arbeitszeit allerdings, als fester, freier Mitarbeiter. Und die anderen zwei Wochen hatte ich für meine ganz freien Projekte, da habe ich eben Ritzenhoff weitergemacht, weiterillustriert. Und ich sitze so schön in meinem Leipziger Atelier und kriege einen Anruf von einem Personalberater, Neudeutsch Headhunter. Ob ich mir nicht, man hätte mich empfohlen und ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Atelier für Tapetengestaltung zu leiten. Und ich habe mich so in meinem Atelier umgeschaut und habe gedacht, wo ist denn hier die Kamera? Wer nimmt mich hier auf den Arm? Und es ist völlig unprofessionell wahrscheinlich rübergekommen, weil ich, glaube ich, 20 Mal gefragt habe, ist das ihr ernst? Will mich hier jemand auf den Arm nehmen? Wie kommen Sie eigentlich auf mich? Ich habe dann irgendwann gemerkt, er meinte, das ist tatsächlich ernst. Ich muss jetzt mal ein bisschen zurückrotern. Und dann hieß es ja, wir laden Sie ein, Sie dürfen da drei Tage Probe arbeiten und es wird alles bezahlt. Und dann habe ich das so im Familienkreis durchdiskutiert und bin auch zu der Überzeugung gekommen, war ja mal wieder eine neue Herausforderung, dass ich das nicht von vornherein ablehnen kann. Ich schaue mir das an und dann sage ich erfolgreich, nein, aber nein, danke. Ja, weil du ja so gut nein sagen kannst. Ja, genau. So ist das. Und wo war das? In welcher Stadt? Das war dann in Gummersbach. Okay, also auch nicht in Leipzig. Nein, komplett. Das war also nochmal völliger Neuanfang. Das war nämlich so am ersten Tag, dieser Probearbeit dachte ich noch, naja, ist tatsächlich völlig neues Terrain, weiß ich nicht, nee, nicht wirklich. Ich bleibe bei dem, was ich jetzt mache. Und das wurde dann, aber ich wusste gar nicht, dass ich so technikaffin war bis zu dem Zeitpunkt. Ich war völlig angefixt von diesen riesengroßen Siebdruck, Tiefdruck, Prägedruckmaschinen, Kombinationsgeräte, alle Drucktechniken vereint, inklusive Digitaldruck. Und das war so faszinierend. Also ich war, das war für mich wie ein Kind an Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Geburtstag, alles gleichzeitig, dass ich dann nach drei Tagen echt gedacht habe, Mist, was mache ich denn jetzt? Und ich lag in diesem Vorstellungsgespräch, lag ich fast tiefenentspannt in meinem super Anzug, den ich natürlich overdressed angezogen habe, weil ich gedacht habe, das gehört sich so, die waren alle hemdsärmelig, war lustig, lag da so ganz entspannt und plötzlich wurde mir der Anstellungsvertrag rüber geschoben. Und ich dachte, what? Okay, was mache ich jetzt? Ach du meine Güte. Also völlig überraschender Ausgang dieser drei Tage, damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. Und dann war ich wieder in Leipzig und dann habe ich überlegt, okay, das ist jetzt eine wahnsinnige Chance, die mir da auf diesem Silbertablett serviert wird. Sowas kriegt man einmal im Leben. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, nee, mache ich nicht, weil ich immer Freiberufler war und nie festangestellt sein wollte. War eigentlich immer mein Credo. Ich wollte nie angestellt arbeiten, weil ich mir schon gedacht habe, so Hierarchien oder so, es wird schwierig. Ich bleibe lieber mein eigener Chef. Das sind so Bauchgefühle, da sollte man manchmal drauf hören, aber ich habe das immerhin neun Jahre lang gemacht und habe das gerne gemacht und auch mit wachsender Begeisterung. Und das waren tolle Kooperationen. Ich hatte ein tolles Team mit vielen Mitarbeitern und Designerinnen aus der ganzen Welt, also ein multikulturelles Team, wo dann auch meine Begeisterung für Sprache ein bisschen zum Ausdruck kommen durfte. Das ist eine weitere Begeisterung von mir, so Fremdsprachen lernen, mache ich wahnsinnig gerne, so nebenbei. Und das konnte ich da so ein bisschen anwenden und umsetzen. Und wir hatten tolle Kooperationspartner, Esprit, also da wurden Tapetenkollektionen für Esprit entwickelt, für Schöner Wohnen, für Brigitte, für Jette Job, für Gianni Versace, für Michael Michalski. Keine Ahnung, es waren also unglaublich tolle Kooperationen. Aber sag mal, dann seid ihr als Familie dahin gezogen? Ich bin ein Jahr lang gependelt. Also ich habe das Los der vielen Pendler geteilt über ein Jahr. Und das war nicht lustig, weil wenn man Freitagabends noch in der sogenannten Vorstandsrunde sitzt, und die geht meistens bis in die Puppen, und dann schafft man es irgendwie gerade noch zum Zug oder zum vorgebuchten Flug. Und dann fliegt man oder fährt Freitagabends nach Hause, es waren ja 500 Kilometer dazwischen ungefähr, und kommt dann, wenn man Zugverspätungen hat oder den Anschlusszug verpasst, irgendwann Samstagmorgens am Leipziger Hauptbahnhof an, wo man dann freudestrahlend Empfang genommen wird und hat einen Tag mit der Familie. Da muss dann alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Da muss alles stimmen, weil man nur diesen einen Tag am Wochenende hat. Und am Sonntag ist man gedanklich schon wieder am Packen, weil es spätestens am frühen Sonntagnachmittag wieder in die andere Richtung geht. Und es war kein Zuckerschlecken, das war nicht angenehm, das würde ich auch niemandem empfehlen, das längerfristig zu machen. Das war fast ein Jahr. Und dann hat die Familie gesagt, nee, das geht so nicht weiter. Also in irgendeiner Form muss jetzt ein Cut her und dann haben die mich im Bergischen Land besucht und dann war meine Tochter damals zwölf auch total pferdebegeistert, meine Frau auch, da waren überall Pferde und haben alle gesagt, oh, wir müssen sofort umziehen. Und dann haben wir uns hier was gesucht und deswegen bin ich jetzt hier ganz idyllisch, mitten im Grünen, ich sage es immer mal so plakativ, am Arsch der Welt, aber am schönen Arsch der Welt gelandet. Und genau, es ist wunderschön hier, aber es ist halt infrastrukturell, gibt es viel Grün, sagen wir es mal so. Das heißt, du bist dann dort geblieben, auch wenn es die Stelle jetzt nicht mehr gibt, wohnst du noch dort. Genau, du hast was vorweggenommen, die Stelle war dann irgendwann weg mit der ersten Ukraine-Russland-Krise, das waren nämlich die beiden wichtigsten Kunden, da sind die Umsätze rapide eingebrochen. Wann war das? Das war 2014, also als quasi so die erste Krise dort herrschte und dann sind die Zahlungen ausgeblieben und dann mussten ganz viele Mitarbeiter freigesetzt werden. Ja, und da war ich auch einer davon und da war ich mittlerweile 50 und das war dann ganz lustig, weil ich habe dann bei meiner Headhunterin angerufen und die hat gemeint, ja, wie alt sind sie denn jetzt? Und ich hatte noch nicht ausgesprungen, ich bin jetzt, war noch nicht raus, die hat nur dieses F gehört und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird nie wieder was, das können sie vergessen, sie sind tot, also sie kriegen kein Bein mehr auf dem Boden. Ich dachte, geht's noch? Ich war so richtig, so total aufgerweilig, das kann ja wohl nicht wahr sein, den zeige ich es. Da kennst du dich aber schlecht, genau. Das kann ja wohl nicht wahr sein, wie kann man mir sowas um die Ohren hauen, so ein Blödsinn. Gut, die Frau sprach natürlich ein bisschen aus der Erfahrung logischerweise, das habe ich dann auch gemerkt. Deswegen bin ich auch mittlerweile so ein bisschen renitent, was Altersdiskriminierung angeht oder das sogenannte Age-Shaming. Das habe ich nämlich tatsächlich erlebt. Ich bin ja jetzt zum Glück wieder Freiberufler, ich hätte das ganz schnell selbst wieder machen sollen. Ich habe ja jahrzehntelang gewusst, dass man als Freiberufler gut überleben kann, war aber natürlich irgendwann in diesem Status drin, als Atelierleiter. Ich hatte mich auch an das gute Honorar, an die gute Bezahlung gewöhnt, an das alles, womit das Ganze verbunden war und hat irgendwie gedacht, ich muss das jetzt auch der Familie bieten, dass das weitergeht. Ich brauche wieder so etwas Ähnliches. Falscher Gedanke, falscher Ansatz und habe mich natürlich dann in meinem reifen Alter beworben und hatte dann aber auch Rückmeldungen, die sich dann irgendwie gehäuft hatten. Tino war immer so zu alt, zu teuer, kann zu viel. Tatsächlich, der Mann kann zu viel. Das musste ich mir anhören. Das hat einer auch wirklich gesagt, das fand ich cool. Ein Geschäftsführer, nenne jetzt den Namen nicht, der hat gemeint, ganz ehrlich, sagt es normalerweise niemanden, aber wenn ich sie einstellen würde, ich müsste mit einem Klammerbeutel gepudert sein. Ich hätte jeden Tag Angst, dass sie in meinem Stuhl sägen. Das kann ich Ihnen schriftlich geben, dass ich nicht Geschäftsführer Ihres Unternehmens werden will. Ich möchte nur für den Designbereich zuständig sein. Das hat ihm aber nicht genügt, aber es hat mir nicht wirklich geholfen, aber es war halt mal eine Aussage, mit der ich irgendwas anfangen konnte. Eine tröstende Aussage. Eine tröstende Aussage, genau. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, du musst ja auch in Deutschland, das wissen viele gar nicht, du musst weder ein Bewerbungsfoto mitschicken, noch musst du dein Geburtsdatum angeben. Diese Regelung ist nur freiwillig. Die hat sich halt so eingebürgert, deswegen erwartet es jeder. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich die Faxen dick, ich bin dauernd zu alt, jetzt lasse ich es einfach weg. Foto weggelassen, Geburtsdatum weggelassen. Dann kam eine Rückmeldung vom Job, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, das wäre der absolute Hammer, da würde ich so gut reinpassen. Dann kam zurück, Mensch, toll, was Sie für ein Portfolio haben, super. Und die Erfahrung, Sie wären genau der Richtige für uns. Ich kann Sie mir sehr gut in der Position vorstellen. Sie haben nur leider vergessen, Ihr Geburtsdatum und das Foto wegzulassen. Können Sie es bitte noch nachreichen? Ja, an dieser Stelle endet die Geschichte auch schon. Kannst du dir denken. Ich habe nie wieder was von diesem Unternehmen gehört. Ich war natürlich total sauer. Ich war richtig wütend. Habe dort versucht, die zuständige Dame zu erreichen. Die war dann ständig entweder nicht am Platz oder sie war gerade im Urlaub, in der Besprechung, heute leider krank. Sie ruft zurück. Gab es natürlich nie. Also deswegen fix mich das Thema tatsächlich an. Das wird so ein bisschen unterschätzt in Deutschland. Das Thema Age-Shaming oder das ist so ein blöder neudeutscher Begriff. Ich nenne es einfach Altersdiskriminierung. Man kann es einfach mal so deutlich benennen. Und da wird man wahrscheinlich in Zukunft auch noch so ein bisschen was von mir hören. Hin und wieder mal auf Social Media. Ich habe mich da jetzt auch so ein bisschen witzigerweise connected, sagt man so schön neudeutsch, also verbunden mit jemandem, die das auch sehr energisch macht und demnächst auch ein Buch dazu rausbringen wird. Finde ich auch ganz spannend. Ja, es wird langsam ein bisschen Zeit, dass wir ein bisschen rebellischer werden. Wir Älteren, also ich meine natürlich mich damit, nicht dich um Gottes Willen, sondern ältere Menschen in meiner Generation und darüber hinaus. Wir werden immer mehr werden demografisch und dann hat sich das irgendwann auch ein bisschen eingespielt. Dann wird dieser Jugendwahn oder Jugendkult, dem immer noch gefröhnt wird, der wird dann ganz schnell Vergangenheit sein. Es geht auch gar nicht um Gegeneinander, es geht um Miteinander. Es geht darum, dass es gemischte Teams gibt in Unternehmen, dass sich alt und jung ergänzen, austauschen, sich gegenseitig befruchten, einfach ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Das wäre für mich die perfekte Symbiose. Aber immer nur zu sagen, wir haben ein junges Team und du hast ein gewisses Verfallsdatum und kannst deine ganzen Erfahrungen gar nicht einbringen. Ich hatte noch nicht mal die Chance, bei den meisten Bewerbungen irgendwo persönlich vorzusprechen, damit die gemerkt hätten, Mensch, der Mann, der strotzt ja nur so vor Energie, der will noch und der hat noch richtig Bock und der möchte mit anpacken. Die Chance hatte ich gar nicht, das unter Beweis zu stellen. Aber ich habe mich dann eben... Es sind ja Vorurteile. Also, weil im Normalfall oder der Durchschnittsgrafiker in deinem Alter, der hat vielleicht weniger Energie als du. Aber wenn man dich halt kennenlernt, dann weiß man, dass du mehr Energie hast als manch 25-Jähriger. Weißt du? Also, es ist ja... Es hat ja eigentlich nichts mit dem Alter zu tun. Statistisch gesehen könnte man das halt meinen, dass das so ist. Und davon oder daher schließen die ja dann da drauf, dass das bei dir auch so sein wird. so wie jede Frau Mitte 20 vielleicht auch nicht so gerne eingestellt wird, weil die kann ja noch Kinder kriegen und dann fällt sie ja aus. Also, es sind ja immer diese Statistiken, die die Leute in den Unternehmen, die für die Einstellung zu sind, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Controller oder so, keine Ahnung, oder Human Resources, ich weiß nicht, wie die... Die berechnen das ja quasi und man soll ja dann funktionieren und dann spricht die Statistik gegen einen, weil man entweder zu alt oder zu weiblich ist. Ja, das ist ganz genauso und diese Altersdiskriminierung, du hattest das gerade kurz angesprochen, die geht natürlich in beide Richtungen. Also, die betrifft ja auch junge Leute, dass man eben sagt, ja, die sind noch viel zu jung, die sind zu unerfahren, das sind Grünschnäbel, die haben keine Ahnung davon. Das ist genauso gefährlich. Also, man muss da aufpassen, dass man eben nicht zu sehr verallgemeinert und da ich ja immer oder sehr häufig gehört habe, der Mann kann zu viel oder es wurde so unterschwellig angedeutet, habe ich gesagt, na gut, wenn ich eh schon zu viel kann, dann kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, dann packe ich jetzt noch was obendrauf. Ich habe ganz viel Erfahrung im Printbereich, in allen Drucktechniken. Jetzt möchte ich endlich mal wissen, wie das Online-Business funktioniert. Ich habe keine Lust mehr, immer von der Generation meiner Tochter erklären zu lassen, wie das alles funktioniert, Social Media und Co. Und dann habe ich eine Weiterbildung zum Online-Redakteur gemacht, auch als Zweitältester in dieser Runde und ich war so angefixt, mir hat es so einen Spaß gemacht. Ich habe mich da so reingehängt, mit Leib und Seele dabei, dass ich tatsächlich, es klingt ja blöd, ich komme aus dieser Generation, Selbstlob stinkt, aber ich war in Medienrecht tatsächlich der Einzige mit der vollen Punktzahl mit größerem Abstand, weil ich mich da mit einer solchen Begeisterung auf dieses Thema gestürzt habe. Ich wusste gar nicht, ich habe früher immer gesagt, na Jura, geh mal bloß damit, ist nicht mein Thema. Aber dieses Spezialbereich Medienrecht, hätte ich mir durchaus vorstellen können, das nochmal quasi als komplettes Studium nochmal anzupacken. Aber dann kam zum Glück so ein Aha-Moment und jetzt komme ich endlich auf die Beantwortung deiner anfänglich gestellten Frage. Super. Meine Frau würde jetzt die Augen verdrehen und sagen, komm doch endlich mal auf den Punkt. Dann doch geschafft. Du, ich habe dich reden lassen. Hast du gemerkt? Das ist super cool von dir. Ich finde das so genial. Ich danke dir dafür ganz herzlich. Komm zum Punkt jetzt. Ich komme zum Punkt. Ich habe dann im Internet recherchiert, was ich denn so anfangen könnte mit meinem Leben. Ich hatte ja ganz viele unterschiedliche Ideen, ganz viele Strippen gezogen und bin dann durch Zufall, es gibt ja keine Zufälle, es gibt ja immer nur Dinge, die einem zufallen, auf der Website von Artist Travel gelandet und habe mir das so angeschaut und das war so ein Aha-Erlebnis für mich, dass ich gedacht habe, boah, Hammer, warum habe ich das nicht schon viel früher in meinem Leben entdeckt? Das ist es. Das will ich machen. Das ist der Hammer. Sofort bewerben. Ich fackel da noch nicht lang. Ich habe, glaube ich, am gleichen Tag noch die Bewerbung rausgeschickt und habe auch überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie viele Anfragen die vielleicht kriegen könnten und ob das überhaupt was wird. Ich habe da nicht dran gerüttelt und nicht weitergedacht, sondern einfach beworben und ich wusste, das ist total meins und dann kam die Rückmeldung. Finden wir total spannend, können wir uns gut vorstellen. Aber wer dort eben anfängt, der muss sich erst mal quasi bei Bösner kursen. Das war damals noch zusammen unter einem Dach. Der muss sich erst mal bei Bösner quasi bewähren, ungefähr ein Jahr lang. Und das habe ich dann gemacht und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und ich habe immer schon geahnt, dass so das Unterrichten mein Ding sein könnte. Aber so Lehrer an der Schule konnte ich mir nie vorstellen, weil da sitzen ja keine Leute drin, die da freiwillig sitzen und dir gerne zuhören und vielleicht auch noch sogar dafür bezahlt haben, dass sie dir zuhören. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Das war so ein Aha-Erlebnis, dass die dann nach einem halben Jahr auch gesagt haben, Mensch ja, die ersten Reisen, jetzt wird es Zeit, packen wir an. Und seitdem mache ich das einfach mit absoluter Leidenschaft. Und zwischendurch hat nochmal jemand zu einem ganz spannenden Thema mich angesprochen, wo ich auch früher gesagt hätte, ja, mache ich gerne sofort. Und dann kam aber die Altersweisheit und von wegen zum Thema Nein sagen, kann ich nicht. Dann kam die Altersweisheit ins Spiel und einfach so die Begeisterung für Sketching, dass ich gesagt habe, nee, jetzt sage ich mal konsequent Nein. Auch wenn es echt schwer fällt. Es wäre wieder eine neue Herausforderung gewesen. Es ging um Graphic Recording. Wieder ein ganz anderes Thema, muss ich auch nochmal richtig hätte reinfitzen müssen. Brauchst du auch ganz besondere Ausrichtungen dafür nochmal und ganz viel Know-how. Und da habe ich dann aber konsequent Nein gesagt, weil ich wollte dabei bleiben. Und mittlerweile gibt es ja auch zwei Bücher zu meinem Lieblingsthema skizzieren. Floral Sketching und Nature Sketching. Und es wird hoffentlich auch weitere Bücher geben. Ich schreibe da so parallel an verschiedenen Themen. Und falls die Frage noch gekommen wäre, genau. Also das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich so wie heute Morgen, Montag morgens aus dem Bett springe und mir denke, verdammt nochmal, die Woche wird wieder viel zu kurz sein. Das denke ich auch immer. Ja, das ist doch herrlich, oder? Es ist Montag heute. Ja, genau. Aber es ist nicht schön. Ja, also heute kommt auch der Podcast, den du gerade hörst, wenn du ihn hörst, wenn er rauskommt. Heute ist Montag. Und wir nehmen auch an einem Montag auf. Ja. Und die Woche ist schon wieder vorbei. Gefühlt, ja genau. Ja, ich habe auch ab übermorgen schon wieder Workshops bei Bösner in Mutterstadt und zwei in Frankfurt. Und ja, das geht dann in diesem Jahr auch wieder gut weiter. Ich habe unglaublich viel geplant. Ich nehme mir eigentlich jedes Jahr vor, mal ein bisschen weniger zu machen. Es klappt irgendwie nicht so richtig, weil die Begeisterung immer mit reingrätscht. Und da kann ich dann leider nicht Nein sagen, wenn jemand mich fragt, hättest du nicht Lust, auch wieder einen Workshop in Venedig zu machen? Sag ich, ja Gott, Venedig. Es war so ein Traum letztes Jahr. Natürlich. Also Venedig findet auch definitiv statt. Ist schon gesichert. Tegernsee kommt neu mit dazu. Dann bin ich in Wien, in Prag, auf der Insel Föhr, auf Mallorca. War ich letztes Jahr auch das erste Mal richtig cool. Dann, glaube ich, haben sich jetzt die ersten für Marokko angemeldet für die neuntägige Rundreise. Es könnte noch klappen. Schauen wir mal. Ich hoffe es. Also ganz, ganz viele. Ja, meine Heimatregion, Karwendelregion, Mittenwald. Ist auch ganz toll. Fällt mir gar nicht alles ein. Inprero, Hamburg. Was habe ich noch nicht gesagt? Also ganz, ganz viele Termine und tolle Ziele, die man auf meiner Website, falls die Frage noch gekommen wäre, beantworte ich jetzt schon mal. www.kriser.de findet. Es ist so geil, weil du kennst ja meinen Podcast ziemlich gut und du weißt ja, was ich dann immer noch frage. Das hast du jetzt schon alles schön beantwortet. Ich kann auch jetzt gehen. Du kannst einfach noch ein bisschen weiter reden. Es tut mir leid, Roberta. Nein, es ist alles gut. Ich wollte aber auch noch was fragen. Und zwar, was ich die ganze Zeit denke, was vielleicht auch noch interessant ist. Ich meine, du bist so viel unterwegs. Wahrscheinlich ist ja deine Frau gewohnt, dass du viel unterwegs bist. Aber ja, wie ist denn das? Ist sie nicht, also was macht sie denn in der ganzen Zeit? Das ist jetzt eine sehr private Frage, brauchst du auch nicht zu beantworten. Aber ich denke halt so, ja krass, gefühlt bist du eigentlich keine Woche zu Hause. Ja, das hört sich jetzt so an. Das ist aber nicht so. Also ich habe schon noch viele, ich habe schon noch Zeiten, wo ich zu Hause bin, wo ich auch endlich mal hier den Umbau des Ateliers anpacken müsste. Ich könnte ja so schön vor Ort auch einen Workshop-Raum einrichten. Das schleift jetzt alles seit Jahren leider, weil ich dauernd unterwegs bin. Aber meine Frau hat sehr viel Verständnis dafür. Die ist nämlich selber dauernd unterwegs. Die ist ja selbst Dozentin in einem anderen Bereich. Sie ist Heilpraktikerin und bildet Heilpraktikerinnen auch aus. Und Naturheilkunde-Vorlesungen und Vitalstofftherapien und solle Geschichten. Da ist sie ständig selbst auch unterwegs. Und wir unterstützen uns zum Glück immer gegenseitig in dem, was für den anderen wichtig ist. Also das haben wir immer schon so gehalten. Und das hat bisher super funktioniert, dieses gegenseitige Unterstützen. Und ja, war auch tatsächlich so in meiner schwierigen Phase, dass meine Familie mich unterstützt und gestützt hat. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Kann ich an der Stelle auch mal wirklich sagen, weil das nicht so selbstverständlich ist. Also ich habe wirklich eine ziemliche Talsohle durchschritten, um das mal poetischer zu formulieren, als es sich angefühlt hat. Aber ich bin da mit erhobenem Haupt wieder rausgekommen und bin nicht nur dem Schicksal und den Chancen dankbar, dass es so ist, sondern tatsächlich auch meiner Familie, die mich da tatsächlich durch entsprechende, ja, durch den Glauben an meine Fähigkeiten getragen und unterstützt hat. Das ist der richtige Zeitpunkt dafür, genau. Und ich meine, deine Frau könnte ja einfach auch die Reise, die Zeichenreise nach Venedig auch buchen. Dann könnte sie dich ja begleiten. Habt ihr das schon mal gemacht? Das werden wir tatsächlich jetzt mal machen, weil du das ansprichst. Das ist tatsächlich auch witzigerweise Venedig. Also genau darum geht es. Die anderen Reisen, da sind ihre Termine leider wieder dazwischen gekommen, weil sie muss ja genauso lange vorausplanen wie ich. Das sind ja keine Ad-Hoc-Planungen, sondern das sind ja immer Planungen, die schon ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher stattfinden. Das heißt, man muss sich da terminlich festlegen. Mich würde interessieren, ob du jetzt ausschließlich von den Kursen und Workshops, die du gibst, lebst. Also vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was so deine Einkommensströme sind. Also ich werde jetzt nicht wissen, wie viel du verdienst oder so, sondern nur, wo das Geld herkommt oder ob es wirklich nur die Workshops und Kurse sind. Eine Frage, die tatsächlich immer wieder auftaucht, ist ja, kannst du davon leben, von dem, was du machst? Und das ist zum Glück tatsächlich so. Ich habe ja schon immer als Freiberufler gearbeitet mit diesen neun Jahren Pause dazwischen, wo ich Atelierleiter war. Und ich lebe tatsächlich ausschließlich von meinen Kursen. Ich mache ja auch Bücher, aber von Büchern alleine, zumal von Zweien in diesem Nischenbereich, kann man sich vorstellen, dass man davon jetzt nicht unbedingt große Sprünge machen könnte. Das ist ein nettes Zubrot, wenn da was rumkommt bei den Büchern. Aber mein Haupteinkommen bestreite ich mit den Workshops. Ich mache ja ziemlich viel. Ich bin ja bundesweit unterwegs bei Bösner in fast allen Niederlassungen. Ich sage immer, zwischen Perl im Saarland und Dresden in Sachsen und Kiel in Norddeutschland und Bad Reichenhall in meiner oberbayerischen Heimat. Alles, was so dazwischen liegt. Und dann mache ich ziemlich viele Online-Workshops. Für wen arbeitest du so? Also für Artist Travel, Kurse bei Bösner, also jetzt nicht die Online-Workshops, die sind für Artist Travel und für Welt und Wir. Das ist eine fortlaufende Geschichte, jetzt zum wiederholten Mal. Das kommt sehr gut an. Das sind sieben oder acht Termine im Turnus von mittlerweile drei Wochen, wo man sich so abends für zwei Stunden trifft. Und rund um das Thema Reiseskizze, also unterschiedliche Bereiche. Und das sind natürlich Leute nicht nur aus Deutschland, sondern halt aus den angrenzenden Nachbarländern auch. Und das ist einfach mittlerweile schon fast so ein kleines eingespieltes Team geworden, weil die jetzt zum wiederholten Mal dabei sind. Die Reiseskizze, eine Mentoring-Class, die gibt es jetzt zum dritten Mal. Es gab auch noch eine Start-up und eine Master-Class. Mentoring-Class haben wir jetzt weitergeführt. Das wird auch weitergehen. Es macht einfach Spaß. Und ansonsten arbeite ich natürlich noch, was Workshops angeht, mit der Akademie Burgherstelle zusammen. Jetzt zum ersten Mal mit der Kunstakademie Eigenart, auch in meiner oberbayerischen Heimat im November. Damit ich niemanden vergesse, ich habe mir doch irgendwo so einen schönen Spickzettel gemacht. Wenn man so viel macht, muss man so ein bisschen darauf achten, dass man das noch im Überblick behält. Ach ja, natürlich. Ich habe das erste Mal eine Kooperation mit Portugal, mit einer portugiesischen, mit einem wunderschönen Retreat. Sofia in Montsarras im Juni. Und dann eben Mallorca mit Indigo-Urlaub. Die haben eins der schönsten Yoga-Retreats der Welt. Da hatte ich meiner Frau mal einen Yoga-Urlaub geschenkt und war so begeistert, dass ich spontan gedacht habe, wow, da muss ich einen Workshop geben. Und die haben noch nie mit Zeichnern zusammengearbeitet. Und ich habe diesen Stein ins Rollen gebracht. Und ja, die waren dann auch ganz angetan. Und dann kam aber leider Corona. Das ist also die ersten zwei, dreimal ist es leider gescheitert. Aber letztes Jahr hat es zum ersten Mal stattgefunden. War wunderschön. Und jetzt muss ich gerade draufschauen. Ja, ganz neu ist mit dazugekommen, was mich mega freut, weil ich immer wieder gefragt wurde, warum machst du denn auch nicht mal Kurse für Kinder? Wollte ich schon die ganze Zeit. Und jetzt bin ich angesprochen worden vom, ach, sag schon, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Wunderbar. Es ging jedenfalls um das Förderprogramm Kulturrucksack NRW. Vom Kulturamt natürlich ganz einfach. Schwieriger Begriff, kann man schon mal nicht drauf kommen. Kulturamt hier vom Örtlichen, die dieses Förderprogramm für Jugendliche aufgelegt haben. Kulturkoffer, NRW nennt sich das. Und da geht es um drei Workshops im Bergischen Land. Vier Stunden für Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. Und das Tolle ist, es ist auch noch kostenlos für die Teilnehmenden. Das heißt, es wird von diesem Kulturkoffer, von dem Kulturprogramm finanziert. Die bezahlen mich, aber der Workshop für die Teilnehmenden ist kostenlos. Und das ist natürlich eine super Geschichte. Da freue ich mich mega drauf, gerade weil ich auch so richtig coole Jugendliche in meinen Erwachsenenkursen teilweise habe. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einen 14-Jährigen in dieser Reiseskizzen-Mentoring-Class, der diesen Kurs belegt hat, weil er für ein halbes Jahr auf einem Segelschulschiff unterwegs sein wird. Das ist eine halbe Weltreise. Und der hat es mit einer solchen Gelassenheit, mit so einer Coolness erzählt, dass ich dachte, boah, so cool wäre ich mit 14 auch gerne drauf gewesen. Bin ich, glaube ich, heute noch nicht. Also das ist Wahnsinn. Was der da vorhat, finde ich irre. Finde ich einfach toll. Und deswegen freue ich mich da drauf, mit dieser Altersgruppe jetzt auch Workshops zu machen, um die auch so ein bisschen schon mal anzuschubsen. Und vielleicht wird für die ja auch so ein lebenslanges Hobby draus, das den, was weiß ich, ich bin so ins Rentenalter Spaß bereitet. Keine Ahnung. Also finde ich einfach toll. Also du hast richtig viel vor. Und es wird wahrscheinlich auch, wenn alles gut geht, so weitergehen, habe ich das Gefühl. Also du gehst da ja mega drin auf. Leidenschaft, die merkt man dir da extrem an und steckt auch an. Das versuche ich immer zu vermitteln, wie viel Spaß da drin steckt am Skizzieren und wie viel Lebensenergie. Habe ich ja selber erfahren. Also mich hat das so aufgebaut und so gepusht und mir wieder so einen Schub gegeben, dass ich dachte, Mensch, man muss nicht unbedingt in eine Krise reinschlittern, um das zu erfahren. Man kann das auch so ganz normal im Alltag erfahren, weil egal, was ich für sonstige Belastungen, habe, ob ich mich jetzt um die Steuer kümmern muss oder irgendein blödes Schreiben gekriegt habe oder was auch immer. In dem Moment, wo ich skizziere, tauche ich ab. Da bin ich weg. Da bin ich im Hier und Jetzt. Kennst du ja auch. Alles um mich rum kann ich vergessen. Und das macht einfach mega viel Spaß. Mir fällt gerade ein, zwei Workshop-Locations habe ich noch vergessen. Friend Meisters in Nürnberg, zwei Tage und Coart 81 in Bremen. Da gebe ich auch jeweils zwei Workshops. Also ich mache auch so natürlich Kooperationen mit Befreundeten oder noch nicht Befreundeten in der Zukunft vielleicht dann, KünstlerInnen, die Ateliers zu vermieten haben. Das macht natürlich auch Spaß. Ja, Christian, also vielen Dank, dass du das alles erzählt hast und ich werde das weiter beobachten. Ja, also wir haben uns noch was überlegt für euch, die ihr zuhört. Und zwar würde der Christian jeweils ein Exemplar seiner beiden Bücher Floral und Nature Sketching verlosen hier im Podcast. Und alles, was du tun musst oder was ihr dafür tun müsst, ist mir eine E-Mail zu schreiben an hallo-at-der-kreative-flow.de bis vier Wochen nach Veröffentlichung dieser Folge. Und in die Mail könnt ihr auch gerne schon eure Postadresse reinschreiben. Und der Betreff ist natürlich wichtig. Das ist Buch Christian. Und dann würde ich nach den vier Wochen zwei GewinnerInnen auslosen und der Christian würde euch dann sogar die Bücher signieren. Und dann bekommt jeder, also es gibt zwei GewinnerInnen und dann jeweils ein Buch geht dann an jeweils einen Gewinner, eine Gewinnerin. So, ich hoffe, ich habe es jetzt so erklärt, dass man es versteht. Also es gibt zwei Bücher zu gewinnen. Und wenn ihr ein bestimmtes gewinnen wollt, dann schreibt das bitte auch noch in die E-Mail. Und alle Infos dazu, genau wie zu meinem tollen Gast heute, dem Christian, findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. So, und damit sind wir jetzt punktgenau am Ende angekommen. Und ja, oder deine letzten Worte, Christian, was wolltest du noch sagen? Ich fand es total cool, hat mega Spaß gemacht. Ich kann doch gar nicht glauben, dass wir wirklich schon am Ende sind. Ich muss es wohl akzeptieren, auch wenn es schwerfällt. Ich hätte jetzt gerne noch zwei Stunden mit dir weitergequatscht. Wir können ja sagen, wir machen noch ein kleines, entweder Follow-up oder Follow-before, keine Ahnung wie das heißt, Follow-down auf Instagram. Wir können auch ein Instagram-Live zusammen machen, wo wir auch auf die Podcast-Folge, auf die gemeinsame hinweisen. Wie findest du das? Sehr coole Idee. Dann alle, die das jetzt hören, weil das lasse ich so drin, ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram folgen. Illo Kriser mit ch für den Christian und der kreative Flow oder Roberta Bergmann für meine Accounts. Und Christian und ich werden uns dann nochmal auf Instagram treffen, so um den Veröffentlichungszeitpunkt dieser Folge und werden dann nochmal ein bisschen weiterreden und uns hoffentlich nicht wiederholen. So der Plan. Sehr schön, ich freue mich drauf. Ich habe ja festgestellt, ich habe ganz viel natürlich noch nicht erzählt. Es brennt jetzt so ein bisschen auf der Zunge. Du machst jetzt eine Liste und die arbeiten wir dann ab. Genau. Weil ich so ein Listen-Freak bin, mache ich mir jetzt eine Liste, beiße mir jetzt ganz schwer auf die Zunge. Bist du ein Listen-Freak? Nicht wirklich. Leider nicht. Ich bin ein Listen-Freak. Ja, ich arbeite dran. Ich habe das jetzt gelesen auch nochmal und ich folge ja auch deinem Podcast schon sehr lange. Das wollte ich auch extra nochmal sagen. Ich wollte an dieser Stelle wirklich, das ist jetzt unabgesprochen, ich werde dafür auch nicht belohnt. Und ich muss der Roberta einfach mal stellvertretend Danke sagen, weil das ist einfach nötig. Du machst dir so viel Arbeit und steckst so viel Energie rein. Auch bei dir merkt man, dass du dafür brennst, überdeutlich. Und ich finde das super cool. Und es wird von vielen irgendwie so ein bisschen selbstverständlich genommen, für mich gar nicht, weil ich ansatzweise nachvollziehen kann, wie viel Arbeit da drin steckt. Und ich genieße das mittlerweile einfach. Früher habe ich mir gedacht, oh Gott, ich muss zum nächsten Workshop, bin fünf Stunden mit dem Auto unterwegs, werde wieder ätzend. Jetzt weiß ich, yay, ich habe fünf Stunden Zeit, den Podcast der kreative Flow zu hören. Nee, ohne Quatsch, ich freue mich da regelrecht drauf. Ich höre den auch teilweise, wenn ich nur kurz zum Einkaufen fahre, wenn es nur fünf Kilometer sind. Das macht mir einfach Laune. Weil das stimmt nicht so richtig ein. Danke schön. Danke dir. Und für Menschen wie dich mache ich das auch, die dann so freudig sich auf jede Folge freuen. Genau. Ja, Christian, es war mir eine Freude und wir sind ja nicht aus der Welt. Wir sehen uns ja, es ist nur nicht immer ein Mikro an. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf Instagram und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittag. Mach's gut. Ich freue mich drauf. Das Gleiche wünsche ich dir auch. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Tschüss. Lieber Christian, das hat Spaß gemacht. Hab Dank für deine Zeit und deine tolle Art. Ich schätze es sehr, dich als Kollegen zu haben und mich mit dir austauschen zu können. Danke auch für deinen Support bei Steady, den ich jetzt einfach hier so ganz frech offenlege. Alle Infos zu Christian findest du auch nochmal in den Shownotes der heutigen Folge. Und noch ein kleiner Wunsch von mir an dieser Stelle. Wenn du mehr Inhalte der kreative Flow wünschst, dann abonniere doch meinen Newsletter. Der kommt so circa alle zwei Wochen zu dir ins Postfach. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du noch mehr tun willst, dann supporte mich gern bei Steady und du kannst es erraten, ja, auch diesen Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss, bis nächste Woche, dein Roberta. Und ein rechter Maler, klug und fleißig, trägt stets einen spitzen Bleistift bei sich. Wilhelm Busch. Salzen.